Ist klar, hm? Fickt euch alle ins Knie, ey. Ne, blend die rein und zack, fickt euch. Hm, Scharfschütze, ist klar. Haben wir Griggs? Haben wir Griggs? Haben wir Griggs? Nein. Oh, wir haben nur Garnet, ey. Was ist das denn für ein Lusche? Der kann bestimmt nichts. Ach, da hinten ist noch einer. Ist hier noch jemand? Oh, du bist so ein Lusche, weißt du das? Hm, er wartet da. Hinterhalt! Ja, wohin? Los, los! Los! Ja, Mann! Scheiße, was geht die Idee ab? Was? Was, Atomwaffe? Okay, okay, sicher. Oh Gott, okay. Da werden wir wahrscheinlich überleben, wenn die Atomwaffe sicher eingeschubt. Alter! Oh mein Gott! Er wird sterben! Scheiße! Scheiße! Ja, wir haben mich immer noch. Keine Angst. Scheiße, wir müssen hier hätten, Mann! Wir lassen keine Männer zurück! Verstanden 25, seien Sie vorsichtig für den Fall einer nuklearen Explosion, sind Sie in Gefahrenfeld. Haben Sie was da? Scheiße! Wir lassen keine Männer zurück, wir sind Marines! Alles klar, 25, ihr seid dran. Holt den Piloten daraus, wenn ihr könnt, der Ende! Wir holen dich daraus! Scheiße, ich muss aufhören, dieses Scheiß-Lieb zu sehen! Ich kann das nicht sehen, ich muss das... Ist das eine Frau? Los! Ich hol ihn da raus, Mann! Scheiße! Ja, Mann! Fuck, Alter, fuck, Alter! Komm her, komm her, komm her! Das ist eine Pilotin! Ja, Mann! Scheiße! Wir lassen keine zurück, egal ob Mann oder V! Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn, abhören, abhören, abhören! Los, weg hier! Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Ah, Alter! Weg hier! Abhauen, abhauen, los, 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 los! Hau da, hau da, hau da, hau da, los, los, los! Scheiße. Was? Atomal, los, abbauen, abbauen. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich hab jetzt in diesem Netzplay... Ach du Scheiße. Ganz, ganz oftmals gesagt. Scheiße. Fuck. Jackson ist tot. Wahrscheinlich. Er wird wahrscheinlich nicht die Atom... Atomalkraft überlebt haben. Scheiße. 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 Mann, ist das krass. Stell dir mal vor, in Deutschland wird eine Atombombe losgelassen. So wird's aussehen. Es gibt keine Bestätigung, ob Al-Assad unter den Opfern des vermeintlichen Selbstmord. Das Land ist noch nicht bestätigt worden. Da stehen wir. Äh, äh, Sergeant Paul Jackson. Boah, so viele sind gestorben. Scheiße. Eine Schweigeminute. Wie, wir spielen Walter Jackson? Ach, stimmt ja. Scheiße. Ach, wir können gehen. Geil. Alter. Sieht das krass aus. Alle sind tot. Und wahrscheinlich sind wir die... Der einzige Überlebende. Scheiße. Alter Schwede. Alles hier kaputt. Scheiße. So sieht also Chernobyl aus. Kacke, Alter. Das ist ja heftig. Zum Glück war Griggs nicht dabei. Sonst wäre ich jetzt extrem traurig. Ach, du Scheiße. Das überleben wir unmöglich. Hört mal, wie unser Herz immer schneller und schneller schlägt. Das überleben wir nicht. Waiskes ist auch tot. Ja, guckt euch das an. Ach, du Scheiße. Der atomare Pilz. Sieht schrecklich aus. Haben die aber extrem echt gemacht, wie ich finde. Ja, Jackson überlebt mich. Geh ins Licht, mein Freund. Geh ins Licht. Ja, geh ins Licht. Geh ins Licht. Jackson ist tot. Al-Assad, wahrscheinlich auch. Aber nur wahrscheinlich. Vielleicht war das ja alles nur Ableckung. Wahrscheinlich ist er nicht tot. Er ist ein Feigling, Captain Price. Al-Assad wird sich niemals als Opfer. Ja, habe ich wohl recht gehabt. Wie Nikolai schon sagt, der ist ein Feigling. Ein kleiner verfickter Feigling. Wir werden ihn finnen und umbringen. Wieder ein Russland. Schon wieder. Okay, los geht's. Die Ultra-Nationalisten beschützen ihn. Die Ultra-Nationalisten. Also die Kommunisten. Nein. Was habe ich da für eine Scheiße? Egal, ich habe eine Pappgarn. Ich wusste nicht, dass Soap auch so eine Pappgarn spielt. Ich dachte nur, äh, äh, Maschinengewehr und, äh, äh, Scharfschützengewehr. Aber er ist natürlich Spezialeinheit, der kann alles. Ach, die Mission ist, glaube ich, easy. Glaub nicht. Ich weiß nicht, dass Soap auch so eine Pappgarn.